Der Begriff der relativen Armut bezeichnet Armut im Vergleich zum jeweiligen sozialen Umfeld eines Menschen. Armutsgrenze Relative Armut bezieht sich auf verschiedene statistische Maßzahlen für eine Gesellschaft. Häufig wird dabei auf ein bestimmtes Verhältnis des gewichteten individuellen Einkommens zum Median des Netto-Äquivalenz-Einkommens abgestellt. Üblich sind in Politik und Forschung Armutsgrenzen bei 40%, 50% oder 60% des Medians. Wenn das gewichtete Netto-Einkommen der Haushalte oder Individuen unter diese Grenze füllt, gelten sie als arm. Die Armutsquote misst dann das Verhältnis dieser Gruppe zur Gesamtbevölkerung. Man unterscheidet einen absoluten und einen relativen Armutsbegriff. Der erste wird heute noch im entwicklungspolitischen Kontext verwendet und misst die tatsächliche Unterausstattung von Haushalten oder Individuen mit Einkommen. Der zweite Begriff sagt hingegen über den tatsächlichen materiellen Lebensstandard der Menschen nichts aus, sondern misst lediglich den Abstand ihrer Ausstattung mit Einkommen zum gesellschaftlichen Standard. Bei der Berechnung der Armutsquote werden die Unterschiede der Einkommen und der Lebenshaltungskosten innerhalb der Gesamtbevölkerung außer Betracht gelassen. Wie bei jeder statistischen Größe ergeben sich verschiedene Ergebnisse, je nachdem, welche Gesamtmenge der Messung zugrunde gelegt wird. Wird der Maßstab der Armutsquote kleinteiliger anlegt, also nicht die Bevölkerung des Staates, sondern die einer kleineren regionalen Einheit als Gesamtbevölkerung betrachtet, treten Unterschiede stärker zutrage. Die innerhalb der jeweiligen regionalen Einheit bestehen etwa Unterschiede zwischen Bewohnern von Großstädten und ihrem Umland. Um Einkommensverteilungen und Armut zu messen, sind die sagregierte Daten aus Haushaltserhebungen notwendig. Dafür stehen in Deutschland verschiedene Erhebungen der amtlichen Statistik zur Verfügung. Der Mikrozensus zeichnet sich durch eine sehr große Stichprobe aus und ist eine Pflichterhebung, wodurch auch Daten über sehr arme und sehr reiche Personen erfasst werden. Allerdings erfolgt hier die Einkommensmessung nur sehr grob über eine Selbsteinschätzung des laufenden monatlichen Nettoeinkommens. Wesentlich präziser sind die freiwilligen amtlichen Erhebungen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und EU-SILC. Diese erfassen alle Einkommensarten im Detail, so Z. B. Auch unregelmäßige Einkommensbestandteile wie Weihnachtsgeld. Die europaweit harmonisierte Statistik EU-SILC bietet zudem die Möglichkeit internationaler Vergleiche. Für alle drei amtlichen Erhebungen werden auf Anfrage Datenfalls für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Eine nicht amtliche, aber häufig genutzte Quelle ist das sozioökonomische Paneel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Diese wird jährlich erhoben und zeichnet sich ebenfalls durch eine detaillierte Einkommenserfassung aus. Auch für das SOEP besteht die Möglichkeit der Beantragung von Forschungsdatensätzen. Da Bezieher hohe Einkommen erfahrungsgemäß selten an freiwilligen Erhebungen teilnehmen, lässt sich die Verteilung ihrer Einkommen am ehesten mit Daten aus der Einkommenssteuerstatistik messen. Diese wird allerdings nur alle drei Jahre erstellt und ist wegen ihres Umfangs und ihrer Komplexität nur für erfahrene Forscher geeignet. Die Armutsgrenze wird von HU, OECD und EU mithilfe des Mediens berechnet. Bei einer Berechnung der Armutsgrenze mittels des arithmetischen Mittels würde der Wegzug oder Vermögensverlust eines Reichen den Durchschnitt senken und die relative Armut in einem Land verringern und umgekehrt käme es zu einer Erhöhung der relativen Armut. Wenn ohne Veränderungen bei anderen Einkommensbeziehen ein Nicht-Armer sein Einkommen steigern könnte. Dieser Kritikpunkt trifft auf manche Wohlfahrtsfunktionen zu. Reiche werden reicher, keine Veränderung. Wenn hingegen, wie bei der Methode der EU, der Median verwendet wird, dann haben Einkommensveränderungen bei Personen, deren Einkommen vor und nach der Veränderung oberhalb bzw. unterhalb des Mediens liegen keinerlei Einfluss auf den Median und die Armutsgrenze. Armutsgrenze. Wie sich die Einkommen der Spitzenverdiener entwickeln, ist damit für die Armutsgrenze unerheblich. Mittelverdiener verdienen mehr, mehr Menschen gelten als arm. Die Anzahl der Menschen, die als relativ arm gelten, vergrößert sich jedoch dann, wenn sich die Einkommen der Mittelverdiener erhöhen, aber die der unteren Einkommensgruppe gleich bleiben. Dies liegt an der Abhängigkeit dieser Armutsdefinition vom Median. Dieser ist das Einkommen derjenigen Personen, die mit ihrem Einkommen in der Mitte der Gesellschaft liegen. Alle verdienen 10% mehr Anzahl der relativ armen konstant. Wer jetzt weniger als einen gewissen Prozentsatz des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat, würde auch in dem Fall, dass sich alle Einkommen z. b. um 10% erhöhen, weniger als diesen Prozentsatz vom Durchschnitt haben. In Relation zu den anderen Personen bliebe er auch weiterhin einer, der vergleichsweise wenig hat, also relativ arm ist. Weitere Definitionen. Anstelle des Medians kann auch die von Amatya Sen und James Foster vorgeschlagene Wohlfahrtsfunktion verwendet werden, die bei Sinn auf dem Gini-Koeffizient und bei Foster auf einem Teilindex basiert. Neuere Ansätze der empirischen Sozialforschung versuchen Armut auf mehreren Dimensionen zu erfassen und die Dichotomie arm, nicht arm durch die Verwendung der Fasiseit-Theorie zu überwinden. Folgen der relativen Armut in den Industrieländern. Relative Armut macht sich auch durch eine soziokulturelle Verarmung bemerkbar, womit der Mangel an Teilhabe an bestimmten sozialen Aktivitäten als Folge des finanziellen Mangels gemeint ist. Armut führt bei Kindern und Erwachsenen zu geringeren Gesundheitschancen und höheren Krankheitsrisiken. Wie die systematische Übersicht von Klaus Hurelmann und Matthias Richter zeigt, Arbeitslosigkeit und Armut führen oft zu einer Beeinträchtigung der Qualität der ehelichen Partnerschaft. Es kommt zu häufigen Konflikten, geringer gegenseitiger Unterstützung und einer geringen Zufriedenheit mit dem Partner. Diese Krisen in der Partnerschaft beeinträchtigen die Fähigkeit der Eltern, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder angemessen zu reagieren. Die Eltern sind in diesem Fall weniger unterstützend. Es kommt zu einem restriktiven und inkonsistenten Erziehungsverhalten. Familien, die durch den man in patriarchalischer Art und Weise dominiert werden, können schlechter mit Armut umgehen. Kinder Die Konsequenzen der Armut auf Kinder sind noch besser erforscht als die Konsequenzen der Armut bei Erwachsenen. Arme Kinder sind körperlich, seelisch und geistig weniger gesund als ihre wohlhabenderen Altersgenossen. Sie erreichen schlechtere Schulabschlüsse und sind von einer Vielzahl sozialer Probleme wie zum Beispiel der Mutterschaft Minderjähriger stärker betroffen. Man muss das jedoch differenziert sehen. Arme Kinder müssen nicht automatisch unglücklich sein. Vielmehr zeigen Studien wie die von Elda, Kaplan, Becker und Elda und Konger, dass es Familien unter bestimmten Bedingungen möglich ist, die Armut zu kompensieren. Tatsächlich kann die Familie als Puffer wirken. Das heißt, es kann Eltern gelingen, dafür zu sorgen, dass die Kinder die Auswirkungen der Armut weniger oder gar nicht zu spüren bekommen. Dennoch sollte den Eltern nicht die Schuld für die Armutsfolgen ihrer Kinder gegeben werden. Es wäre aus Sicht von Weiß verfehlt. Im Sinne eines Vorwurfs an die Opfer die Verantwortung für ökonomische und gesellschaftliche kulturelle Bedingungen von Armut auf die Menschen zu verlagern, die sie zu ertragen haben und den Eltern einseitig die Schuld für mögliche Entwicklungsbeeinträchtigungen ihrer Kinder zuzuordnen. Bildung scheint die negativen Auswirkungen der Armut auffangen zu können. Gebildete Eltern tragen Streitigkeiten eher sachlich aus. Sie haben in der Regel ein höheres Reflectionsvermögen und mehr Selbstkontrolle. Unter niedrig gebildeten Leuten werden durch Armut auftretende Konflikte dagegen in der Regel eher unsachlich ausgetragen. Dies liegt daran, dass ihnen wichtige Ressourcen zu einer erfolgreichen subjektiven Verarbeitung der Situation fehlen. Starre Rollenmodelle und ein restriktiver Erziehungsstil erschweren in den unteren Schichten eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Situation. Arme Kinder haben in Deutschland schlechtere Bildungschancen, doch das liegt nicht an der Armut allein. Lauterbach bemerkt, bei einer Studie der Arbeiterwohlfahrtschaffen von 100 Kindern, die bereits während ihrer Kindergartenzeit als arm galten, nach der Grundschule nur vier den Sprung aufs Gymnasium. Doch muss man bedenken, dass diese Kinder oft nicht nur arm waren, sondern multiple depriviert. Hier wurden also nicht nur die Auswirkungen der Armut, sondern auch die Auswirkungen anderer Benachteiligungen gemessen. Becker und Niedfeld beschäftigten sich mit den Kindern arbeitsloser Eltern in Dresden. Sie konnten nachweisen, dass Arbeitslosigkeit der Eltern und Armut die Bildungschancen der davon betroffener Kinder verschlechtern. Wenn man jedoch andere Variablen kontrolliert, so fällt jedoch auch auf, dass die Effekte der Arbeitslosigkeit und sozioökonomischen Deprivation geringer werden. Das heißt, der Einfluss von Armut und Arbeitslosigkeit sei kleiner, als man am Anfang der Untersuchung glauben würde. Wichtiger ist das kulturelle Kapital. Insbesondere bildungsferne Schichten neigen zu risikoaversen Bildungsentscheidungen, das heißt, sie wählen im Zweifelsfalle eher niedrigere Bildungsentscheidungen. Arme Familien können oft nicht am kulturellen Leben teilnehmen, da Theaterbesuche, Opernbesuche und Musikunterricht für die Kinder zu teuer sind. Auch Kunstgegenstände oder Bücher werden selten gekauft. Es gibt eine kulturelle Diskrepanz zwischen Familie und Schule. Die betroffenen Kinder sind mangelhaft auf die Leistungsanforderungen der Schule vorbereitet. Ihre Lernmotivation und Sozialkompetenzen sind defizitär. Allerdings haben Armut und Arbeitslosigkeit fast nur bei wenig gebildeten Eltern negative Konsequenzen. Gebildetere Eltern sind offensichtlich besser in der Lage, die damit einhergehenden Probleme zu kompensieren. Folgende Tabelle stammt aus Arbeitslosigkeit und Bildungschancen von Kindern im Transformationsprozess von Becker und Niedfeld. Anmerkung Wie in Ostdeutschland üblich, hatten fast alle Eltern eine berufliche Ausbildung. Deswegen wurde nur der Schulabschluss berücksichtigt. Als Hauptschulniveau galt Post bis zur 8. Klasse, als Realschulniveau Post bis zur 10. Klasse, als Gymnasialniveau Abschluss der EOS. Ruby Payne vertritt die These, dass das Aufwachsen in Armut wichtige Auswirkungen auf den Charakter habe. Um in der Armut zu überleben, müssten arme Kinder nonverbal sein und auf Sinneseindrücke sofort reagieren. In der Schule jedoch wäre dies ein Nachteil für sie. Die Schule sei eine Mittelklasse-Institution. Hier sei es wichtig, Gedanken verbalisieren zu können, abstrahieren zu können und voraus zu planen. Fähigkeiten, die arme Kinder erst erlernen müssen Laut Walter Mischel haben arme Kinder weniger Selbstkontrolle und streben eher nach sofortiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Dies ist schlecht, da es in der Mittelschichtsinstitution Schule Selbstkontrolle eine wichtige Rolle spielt. Donna Bekle ist der Meinung, dass arme Familien und wohlhabendere Familien in verschiedenen Kulturen leben. In armen Familien herrsche eine orale Kultur. Für Mitglieder der oralen Kultur sind Sinneserfahrungen wichtig. Charakteristika der oralen Kultur sind Spontanität, Orientierung an der Gegenwart, Betonung von Emotionen und die Fähigkeit, das große Ganze, zu sehen. In wohlhabenden Familien dagegen herrsche die Schriftkultur. Hier werden Selbstdisziplin, die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, die Fähigkeit, strategisch vorzugehen und zu planen, die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und Schritte zu unternehmen, um diese zu erreichen, technische Fähigkeiten und analytische Fähigkeiten geschätzt. Längsschnittstudien belegen in standardisierten Tests signifikante Einbußen der allgemeinen Intelligenz, der Sprachfähigkeit und der Schulleistungen. Dabei erwies sich vor allem die Dauer der Armut als bedeutsamer Faktor für das Ausmaß der kognitiven Defizite. In Deutschland haben Kinder aus Familien, die lange in Armut leben, einen durchschnittlich 9 Punkte geringeren IQ als Kinder aus nie verarmten Familien. Wohlgemerkt geht es hier um durchschnittliche Werte. Die IQs beider Gruppen sind normal verteilt, das heißt, sie folgen der Form einer Glockenkurve. Der Scheitelpunkt der Glockenkurve jedoch liegt bei niemals arm gewesenen Kindern bei 100 und bei in Armut lebenden Kindern bei 91. Es gibt also, sowohl sehr intelligente arme Kinder als auch sehr intelligente reiche Kinder. Über den IQ eines einzelnen in Armut oder Reichtum lebenden Kindes sagen diese Ergebnisse nichts aus. Wohl aber sagen sie aus, dass unter armen Kinder der Prozentsatz der Kinder, die Gefahr laufen in der Schule zu versagen, stark erhöht ist. Ähnliche Unterschiede in der Intelligenz zwischen armen und niemals arm gewesenen Kinder zeigten sich auch in den USA. Je länger ein Kind in Armut lebt, desto wahrscheinlicher sind kognitive Defizite. Dabei haben Kinder, die bereits in der frühen Kindheit arm waren, größere kognitive Defizite als Kinder, die erst später im Verlauf ihres Lebens verarmten. Studien zeigen, dass sich der niedrige IQ von Kindern aus armen Familien vor allem durch Umweltfaktoren erklären lässt. Während in der Mittelschicht die Intelligenz zu einem großen Teil vererbt wird, lässt sich der niedrige IQ der Kinder aus verarmten Bevölkerungsschichten vor allem durch mangelnde Förderung, schlechte Ernährung und schlechte Schulen erklären. Gabarino konnte für arme Kinder in den USA jedoch zeigen, dass Armut allein die IQ-Entwicklung kaum beeinflusst, sondern auch noch andere Risikofaktoren gegeben sein müssen. Zu diesem Ergebnis kam auch eine andere Längsschnittstudie. Ein oder zwei Risikofaktoren hatten nur eine sehr geringe Auswirkung auf die kognitive Entwicklung. Kamen jedoch weitere hinzu, so zeigten sich starke Auswirkungen. Kinder, die von acht bis neun Risikofaktoren betroffen waren, hatten gar einen im Schnitt um 30 Punkte geringeren IQ als unbelastete Kinder. In den USA hat es bereits Anstrengungen gegeben, dies zu ändern. Es hat sich gezeigt, dass die Intelligenzentwicklung mit speziellen Programmen förderbar ist. Kritiker argumentieren jedoch, dass Intelligenztests, da sie von Personen der Mittelschicht konstruiert würden, nicht die wahren Fähigkeiten einmal kindermäßen. Resilienz-Forschung als Reaktion auf die Armutsforschung entstand in den USA die Resilienz-Forschung. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, schwierige Lebenssituationen unbeschadet zu überstehen. Resilienz-Forscher, wie zum Beispiel Kaplan oder Heines, beklagen, dass zu sehr die Schwächen armer Familien und Personen und zu wenig die Stärken gesehen würden. Als Stärken einiger armer Bevölkerungsgruppen gelten Familienzusammenhalt, Kollektivismus und Leistungsmotivation. Die Resilienz-Forschung betrachtet, welche Fähigkeiten ein Individuum haben muss, um konstruktiv mit Armut umgehen zu können. Sie hat einzelne ethnische und soziale Gruppen ausfindig gemacht, die es trotz Armut zu etwas bringen. So erbrachten beispielsweise die Kinder vietnamesischer Bootpeople in den USA bessere Leistungen als Kinder der US-amerikanischen Mittelschicht. Die jüdische Minderheit wurde innerhalb von zwei Generationen von einer äußerst armen zu einer äußerst reichen ethnischen Gruppe. Kinder aus US-amerikanischen Mittelschichtsfamilien, die durch die große Depression verarmt waren, wuchsen zu Leistungsstarken und Gesetze streuen Bürgern heran. Viele Familien amerikanischer Farmer verarmten durch die Landwirtschaftskrise in den 1980er Jahren. Ihre Kinder erbrachten gute Schulleistungen. Sie waren sozial gut integriert. In Deutschland machen vor allem die Kinder der vietnamesischen Vertragsarbeiter trotz Armut mit guten Schulleistungen auf sich aufmerksam. Die griechische Minderheit hat innerhalb von zwei Generationen ihren Weg aus der Armut in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Ebenso sieht es mit der spanischen Minderheit aus. Eine weitere erfolgreiche arme Bevölkerungsgruppe sind jüdische Zuwanderer aus der GUS.